Je dicker man aufträgt, umso länger braucht es zum Antrocknen. Das ist erst der erste Teil. Das Ganze wird noch aufgekratzt bzw. geglättet, je nach Fern. Wenn es ein bisschen dick aufträgt ist, kann man damit ein bisschen besser spielen, ein bisschen stärkere Strukturen hinein machen oder andrücken, hochziehen. Es gibt eine ganz starke Struktur, möchte ich jetzt nicht unbedingt, weil ich schon weiß, was ich damit mache. Lassen wir sie mal ein bisschen andrucken. w 10 10 10 10 10 11 12 16 16